Showa Momotaro Bicos, 67 cm männlich, haben wir als Tossei gekauft, hat sich gut entwickelt, gute Sumi, gutes Penny, war noch nicht an der Sonne, wer hier Interesse hat, das wird ein sehr schöner Fisch, auch wenn er groß ist, 80 cm kann der schaffen, Body kann man leicht hinfüttern, das ist überhaupt kein Problem. Vielen Dank.